Musik Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Festveranstaltung aus Anlass des Verleihung der Hanse-Merkur-Schutzpreise für das Jahr 2008. Ganz besonders freue ich mich, sehr verehrte Frau Köhler, dass Sie bereits im fünften Jahr, so darf ich sagen, die Schirmherrschaft über diese Veranstaltung übernommen und auch genauso oft bei der Auswahl der Preisträger mitgewirkt. Auch in diesem Jahr ist es nun gelungen, aus der Fülle der Bewerbungen, die bei der Hanse-Merkur eingegangen sind, einige beispielhafte Projekte auszuwählen und heute in würdigem Rahmen dieser Preisverleihung für den Kinderschutz besonders auszuzeichnen. System Loading Wasn't that fun? Let's try something else Man kann sich mit Jubel Man kann sich mit den Jugendlichen befassen, die in Problemen sind und ihnen eine zweite und dritte Chance geben. Man kann der Überforderung in Familien entgegenwirken, damit es nicht zu Krisen kommt, nicht zu Verzweiflung und nicht dann auch manchmal sogar zu psychischen Erkrankungen. Das geht ab. Applaus Man kann sich mit den Jugendlichen befassen, mit dem Jugendlichen befassen, die in den Jugendlichen befassen. Untertitelung des ZDF, 2020